Jetzt holt ein Fahrer unser Essen von dem Restaurant, wo wir gerade bestellt haben, ab und bringt es zu uns. Und er wird die ganze Zeit geortet, das heißt, wir können genau sehen, wo er gerade ist. Siehst du, da ist noch ein Fahrer von einem anderen Lieferservice, der Pinke da. Siehst du, da ist noch ein Fahrer von einem anderen Lieferservice. Ich geh outra. Ja! Danke! Ah, die haben die Dips vergessen! Gute Arbeit! Originals!